Als ob, was war'n das so ein Move, alter! Also, so hab ich da runtergefahren! Geht das eigentlich? Guck mal, ich mach Riegel schissen! Oh mein Gott! Junge, mein Baum dreht! Ja, dein Baum hat sich gerade immer... ...namnamnam! Wahrscheinlich! Ein E-Wixer! Ja, hör doch mal auf! Hey, ich will diese Waffe nehmen! Alles klar! Einmal runter! Boom! 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 In! Wir können jetzt landen in der Mitte! Wir kommen nicht ran! Ja! Oh! 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 Oh, du bist so gesprungen! Ich werde es schaffen gehen, aber du hast dich da in der Zeit abgeschlossen! Wow! mein waffen wurde weggepackt, weil sie aus rück gerollt ist oh die kann ich nehmen wow super warum findest du Fortnite scheiße? es war so fun ja, weil das für mich das einfach kein sinn ist alles klar er musste öfter spielen am Anfang war es für mich der Urschatz du bist wirklich schon dumm es geht bei dir ab, alles klar genau jetzt die Waffe leer aber auch nicht klar nein alles klar ja wahrscheinlich ja wtf fingern hm 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 ich bin in mutig jetzt bin ich hier gefangen rot alter hallo ist in einem zimmer oder bei dir mein zimmer ich tue meine eigene insel zerschießen wie konntest du noch überleben da war noch was jetzt bringt es auch nicht viel oder alles klar Nein, geh weg! Können wir danach noch mal Skywars oder so spielen? Ja, als Badwars oder so. Seine Ernst, als ob du mit der Waffe hergestellt bist. Nee, sieh nicht mehr. Nee! Oh, die Maps. Ich hab extra langsam. Das sieht aus, Alter. Wenn diese... Nur diese eine Waffe einfach vergraben wird. Das sieht aus. Mega-witzig. Das bringt's hier voll, Alter. Du kriegst die Bälle weg. Ich hab' nicht gegessen. Ja, ne, ne, ne. Geht's eigentlich? Oh! Oh! Oh, Mann! Was ist das denn? Oh, ich komm' mit der Waffe noch nicht so klar, Alter. Ich hatte die auch noch nicht so klar. Der kann man auch nicht so klar. Oh! Geschlagen! Oh! Der ist leer, Mann! Wow! Hey, wo bist du? Oh! 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 Das ist cool. Oh! Und ich hab' nur nach unten gedrückt! Nur nach unten! mehr nicht aber anscheinend bin ich dann direkt das ist irgendwie komisch hat nach unten gedrückt und du hast geschossen praktisch bin ich dann durch in zurückgeflogen und so schwatsch ich hab ja mal geschossen oh okay ich gehe erstmal essen wer nach Bad Wurst das wäre es erstmal mit diesem Video mach euch nicht so lange aber vielleicht wollte ich noch mal sehen das habe ich jetzt mal random einfach aufgenommen so mehr davon jetzt nichts mitbekommen oder sowas sehen wollt dann schreibt auf jeden fall in die kommentare ja und dann machen wir das auf jeden fall noch mal macht auf jeden fall sehr sehr viel spaß was ich übrigens auch noch geplant habe ist es wird ein neues display demnächst irgendwann kommen weil ich habe mir gedacht warum nicht ich hole mir ein richtig cooles spiel battlefront 2 ist es und da will ich dir auf jeden fall die karriere durchspielen vielleicht wäre ich auch ein bullwärme ein bisschen spielen kommt auf an wie ich mir das spiel holen weil das ist auf jeden fall richtig krass ist mir aufgefallen das ist eigentlich ein richtig cooles spiel und ja dann würde ich mal sagen sehen wir uns einfach wieder in der nächsten folge wieder leute und lass auf jeden fall ein lecker und dann sehen wir uns und ciao